Servus, Glück auf und herzlich Willkommen zu einer weiteren DFB-Spielanalyse. Ja Leute, diesmal zum 8. Finale bei der Europameisterschaft 2024 in Dortmund gegen Dänemark. Ja, ich denke man kann am Ende des Tages schon von einem verdienten Sieg sprechen. Wie dieser zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Sehr, sehr kurios, sehr, sehr, ja, hake es unter dem Punkt Spielglück ab. Ich habe extra das pinke Trikot an, das hat vielleicht geholfen, ich weiß es nicht. Ja, gehen wir gleich ein bisschen genauer drauf ein. Gehen wir es kurz durch, erste 20 Minuten oder erste 17, 18 Minuten. Sehr, sehr starker Anfang unserer Mannschaft, sehr, sehr gut gespielt. Vor allem Andrich hat das Spiel gelenkt und ins Rollen gebracht, die Bälle verteilt, eingeleitet, wirklich sehr stark. Danach dann auf einmal so weg. Einfach so weg. Dann hat eigentlich nur noch Dänemark gespielt bis zur Unterbrechung. Nach der Unterbrechung haben wir wieder fünf gute Minuten gehabt. Wir sind ein bisschen besser reingekommen. Danach hast du auch wieder nur die Dänen gesehen. Dann gab es halt wilde, wilde Entscheidungen. Ja, ein Abseits, was irgendwie ein Mikro-Meter war. Dann ein Elfmeter, der für mich eine absolute Farce ist, aber natürlich ins Reglement passt. Aber das hat für mich dann nichts mehr mit Fußball zu tun. Ne. Ja, ich weiß, ich sitze hier in Deutschland-Trikot. Und ja, wir sollten uns freuen und sagen, ja, wow, yeah, hippie, hippie, ja, hey, Schweinebacke. Wie das ganze Stadion, wir fahren nach Berlin, Blasels. Ähm, weiß ich nicht, ey, ich kann, ja, es ist natürlich alles regelkonform. Wir reden jetzt nicht davon, es ist nicht regelkonform, ja. Aber Punkt eins, wenn das alles so einfach wäre mit dem Abseits, ne, haben wir ja schon hundertmal darüber gesprochen, dann wäre das, ja, es wird ein Bild eingespielt, die KI, jo, Abseits, nicht Abseits. Und es wird keine drei Minuten dauern, ne. So wie dann auch beim dritten Tor von uns. Ähm, wenn das alles so ist, dann muss das innerhalb von zehn Sekunden entschieden sein, ne. Da muss der Computer sagen, alles klar, Abseits oder nicht Abseits, ne. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, ich halte das Bild eine Millisekunde eher an, ich halte das Bild eine Millisekunde später an. Ähm, brrrr, also wenn dadurch Fußballspiele entschieden wären im Achtelfinale, weiß ich nicht, fühle ich mich nicht wohl mit, ähm, auch der Elfmeter, danach, danach liegt das Spiel natürlich in unsere Richtung, da brauchen wir uns nichts vormachen, ja. Ähm, wir müssen auch nicht darüber reden, dass es nicht verdient war oder sowas, wie gesagt, am Ende des Tages war der Sieg verdient. Wir haben das bessere Spiel gemacht, meiner Meinung nach, ähm, aber die Dänen tun mir schon leid. Super sympathisch, ähm, haben sich reingeworfen, haben nach den ersten 20 Minuten, wo sie echt nur defensiv standen, haben sie das Heft des Handels auch ein bisschen in die Hand genommen. Ähm, man hat gesehen, dass nicht so die Qualität oder die Form da ist, Qualität würde ich gar nicht sagen, die Form nicht so da war vorne, wie bei uns. Ähm, ja, da war der Elfer, der super stark verwandelt war, besser kann es den Elfmeter nicht schießen und genauso musste er ihn auch schießen, sonst hätte der Schmeichel den wahrscheinlich gehalten, weil was der alles gehalten hat heute, war auch gut. Ähm, und dann durch die Einzelaktion von Musiala war der Bums gelaufen. Ähm, ähm, ja, klar, ich gehe davon aus, dass Spanien morgen weiterkommt, der Gegner sein wird, da musst du auf jeden Fall eine Leistungs-, nicht nur eine Leistungssteigerung, da muss eine Leistungsexplosion dieser Mannschaft kommen. Klar, ist ein ganz anderes Spiel, Spanien wird viel, viel offensiver spielen, wir können mehr in die Räume spielen, wir können wahrscheinlich mehr auf Konter spielen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, ähm, vielleicht straft mich die EM aber auch Lügen und Georgien kommt morgen weiter, wer weiß das schon. Ähm, ja, ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick in die Statistiken rein, wa? Bitteschön, ich gucke mir die auch mal an. Schüsse aufs Tor, 9-2, Schüsse neben das Tor, 4-3, geblockte Schüsse 1-4, Ballbesitz 5-50-45, Ecken 6-6, Abseits 4-3, V-7-14, Einwürfe 20-10, Yellow Cards 1-4 und so weiter und so fort. Ja, ähm, man sieht schon, dass das Spiel den Zahlen nach schon in eine klare Richtung ging. Gerade, wie gesagt, die ersten 20 Minuten waren wirklich richtig stark von uns. Ähm, aber wir haben uns super schwer getan, ne? Das muss man auch sagen und die Dämonen haben es gut gemacht und ja. Ich weiß nicht, ob heute der Schiri gerade zweite Halbzeit dann so ein bisschen Heimschiri war, weiß ich nicht. Muss wer anders beurteilen, ähm, der Schiri hat uns natürlich nichts geschenkt, keine Frage. Ja, laut Reglement ist das ein Elfmeter, laut der FIFA. Ähm, ich kann mich damit nicht identifizieren, auch wenn es gegen uns wäre, würde ich es genauso sagen. Ähm, am Ende ist es so, ja, dass der Sieg verdient war, denke ich, kann man sagen, definitiv. Wir haben mehr fürs Spiel getan, keine Frage, wir haben mehr versucht. Ähm, wir haben das Quäntchen Glück gehabt heute, das braucht man halt auch, ne? Das muss man auch ganz klar sagen, ja, man muss auch mal solche Spiele dann gewinnen, ja? Und das haben wir getan. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das vierte Finale, ne? Ähm, da wirst du dann auch nochmal das Spiel Glück auf deiner Seite haben müssen, denke ich. Joa, das ist, was ich dazu zu sagen habe. Ja, mich hat das Spiel jetzt nicht vom Hocker gerissen, ähm. Ähm, das Highlight war eigentlich das Gewitter, was dann später noch zu uns gezogen ist. Das war schon wild. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die ersten 20 Minuten sind es mir echt sehr gut gefallen. Danach war es echt, pff, schwierig. Aber gut, ähm, gehen wir es mal durch. Ähm, Gesamtleistung, Note der Mannschaft, will ich eine 3 geben. 2 zu 0, immerhin 8. Finale gegen Dänemark. Ähm, alles gut. Ergebnis stimmt, ja? Gar keine Frage. Ähm, Nagelsmann. Pfff. Ähm, ja. Am Ende des Tages, äh, alles richtig gemacht, ne? Jetzt hat es 2 zu 0 gewonnen, was will ich zu groß kritisieren. Von daher vor mir auch eine Note 3. Ähm, für das Trainerteam gehen wir es kurz durch. Manuel Neuer, für mich Note 2 heute. Ja, hat kurz vor der Pause den Ball überrangig gehalten, hat danach nochmal eine Chance überrangig gehalten. Ähm, 1, 2 kleine Wackler mal bei so einem Ball fangen oder sowas. Alles gut. Ähm, war gut. Ähm, Joshua Kimmich hat mir 1. Halbzeit gut gefallen. 2. Halbzeit war es wieder so ein völlig losgelöster Kimmich. Weiß ich nicht, was er da wieder dachte, dass er wieder mehr auf die 6er Position gerannt ist und dann da auch noch Ballverluste hatte in der 2. Halbzeit, die zum Glück zu nichts geführt haben. Ähm, aber positionstreu war das nicht. Ähm, 3 Minus. Rüdiger sehe ich auch bei einer 3. Ähm, Nico Schlotterbeck sehe ich bei einer 3 Minus. Ja, war vorne präsent mit seinem Kopfball, hat aber auch hinten zwei Wackeler, hat zwei gute Saves gehabt. Aber das ist... Leistungsniveau auf das, was auf den Zug kommt. Eieiei, wird schwierig. David-Raum sehe ich bei einer 3. Ähm, hab den Wechsel nicht ganz verstanden auf dem David-Raum. Ja, ich fand ihn ein bisschen schlechter als seinem Vorgänger, aber... Ja, er hat es jetzt nicht schlecht gemacht. Ist natürlich auch immer schwer zu bewerten dann in so ein Spiel. Vor allen Dingen konnte er natürlich auch nicht reinflanken, weil sowieso keiner zugegen war. Ja, ansonsten hat er es gut gemacht, ne. War da, war präsent, aber... Ja, nach den ersten 20 Minuten waren wir nach vorne eh nicht mehr präsent. Also, André, habe ich schon gesagt, für mich sehr starke erste 20 Minuten. Danach leider im Kollektiv mit abgetaucht. Äh, zweiter Halbzeit konnte er nicht mehr dran anknüpfen an die Leistung, wurde dann ausgewechselt. Wird aber auch genauso gut einen Toni Kroos auswechseln können. Ja, da war genauso wenig zu sehen. Ähm, von daher André, für mich auch Note 3. Ähm, Toni Kroos sehe ich bei einer 3 Minus. Hat mir heute nicht gefallen. Ähm, gerade dann, erster Halbzeit, auch die ersten 20 Minuten an Dänemark, ist sehr, sehr gut gemacht, Toni Kroos komplett rauszunehmen. Ähm, dann hatte er ein bisschen mehr Raum. Hat da ein bisschen wenig rausgemacht. Die Ecken, ja, die zwei Ecken waren ganz okay. Der Freistoß war absolut, weiß ich nicht. Ähm, also gemessen an dem, was ein Toni Kroos kann, geht es auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Aber, ja, Meckern auf hohem Niveau, war 12 Uhr gewonnen, wir sind im Viertelfinale, alles ist gut. Aber wir bewerten natürlich hier ein bisschen die Leistung. Ähm, ich hebe mir in Sané auch bis zum Schluss auf, ich gehe auf die andere Seite weiter. Jamal Mosella, ähm, ja, eine gute 3. Wie gesagt, oft den Ball vertändelt, erste Halbzeit, auch zweite Halbzeit dann. Aber dann, nachdem er das Tor gemacht hat, hat er eine gute Phase gehabt, eine gute Viertelstunde, wo er, wo er on Point war. Ja, vorher leider auch, ja, mit untergegangen. Aber das ist auch nicht seine Aufgabe, soweit ist er noch nicht. Da müssen andere Spieler vorangehen, wie ein Gündogan, wo wir jetzt gleich zukommen, wie ein Kroos, wie ein Rüdiger vielleicht, wie auch ein Kimmich. Die müssen dann vorangehen und eine Mannschaft wieder wachrütteln und mitnehmen. Ja, das hat mir gefehlt nach der 20. Minute. Ähm, und auch zum großen Teil in der zweiten Halbzeit. Ähm, Ika Gündogan sehe ich bei einer 3-. Minus, wenn nicht eine 4. Ich habe ihn fast gar nicht gesehen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich zugegen war. Ähm, ein, zwei Aktionen, ja, die ich im Kopf habe. Aber ansonsten war er nicht zu sehen. Nicht offensiv, nicht defensiv. Man hat ihn kaum wahrgenommen, ja. Lieber, Sané, Note 5. Ja, ich, äh, ich weiß nicht. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, warum ihr das anders seht. Ich habe offensiv nichts gesehen von Lieber. Ja, zweite Halbzeit hat er mal ein, zwei Läufe gehabt, wo er den Ball auf der rechten Seite gekriegt hat, bis in die Mitte gelaufen ist und den Ball abgespielt hat, der dann ankam beim Mitspieler. Ansonsten habe ich wieder jede Szene, an die der Lieber beteiligt war, um Ballverluste zu sehen. Ich weiß nicht, warum dieser Spieler unbedingt in jeder Mannschaft durchgezogen werden muss. Ob es beim FC Bayern ist, ob es in der Nationalmannschaft ist, ist für mich ein Rätsel. Aber, ja, am Ende spielt es keine Rolle. 2 zu 0 gewonnen, ja, auch zu 10. Und damit gut. Kai Haberts heute, ja, der auffälligste Spieler. Würde ich sagen, unserer Mannschaft. Würde ich da vorher eine Note 2 geben. Den Elfmeter super, super stark verwandelt. Ja, die ersten 20 Minuten war er schwach, muss man sagen. Ja, da war der Rest ein bisschen besser. Hat sich oft raustreiben lassen aus dem 16er, anstatt im 16er präsent zu sein. Aber danach in dem Spiel war er schon so der aktive Part. Ja, er war auch aktiver wie Musiala. Eine Zeit lang über den Gundogan brauchen wir gar nicht reden. Und vom Lieber brauchen wir auch nicht anfangen. Also, ja, er war schon der auffälligste Forder, meiner Meinung nach. Ähm, die Wechsel dann, ja, Emre Schaden kam für Robert Andrich. Ähm, weiß ich nicht. Hat eine gute halbe Stunde gespielt. Ähm, hat nichts verkehrt gemacht. Ein, zwei Bälle waren nicht so gut. Hatte jetzt keine überragende Aktion gehabt. Da war, hey, da war das Spiel auch schon, äh, weitestgehend auf der richtigen Bahn, sag ich mal. Na, ähm, ja, alles gut. War jetzt nicht schlecht oder sowas, aber eine Note möchte ich da jetzt eigentlich nicht vergeben für die paar Minuten. Ähm, Fülle, dasselbe. Ja, ähm, hatte einmal da knapp, dass er mir da so mit der Fußspitze dran gekommen wäre. Ansonsten war es dann aber auch kein Spiel mehr für den Füllkrug. Ja, ich hab's, ich hab den Sinn dahinter nicht ganz verstanden. Ähm, aber er wurde, glaube ich, noch was vor dem 2-0, wo sie gut eingewechselt wurden. Lass mich kurz gucken. Ich glaube, es war noch vor dem 2-0, ja. Ja, ja, da konnte man das auch nachvollziehen. Ansonsten war es natürlich, ist der Füllkrug jetzt nicht so unbedingt der, der super Konterstürmer, in meiner Meinung nach. Dann hätte man auch besser jemand anders bringen können. Wo es dann 2-0 stand, haben wir ja das Spiel verwaltet. Ja, was auch völlig fein ist. Es ist ein Turnier, habe ich schon mal gesagt, da geht es nicht darum, dann das dritte, vierte nachzulegen. Die Dänen mussten kommen, die Dänen sind gekommen. Man hat nochmal den einen oder anderen Konter gut oder schlecht gefahren. Ähm, und das ist völlig fein. Warum, äh, dann Nieuwe Sane bis zur 88. Minute spielen durfte, fragt mich nicht. Fragt Nieuwe Nagelsmann. Äh, wahrscheinlich des, des Seelenfriedens im Team wegen, weil, ich hab keine Ahnung. Äh, wie bei Sane, hat wie ein, wie ein Fremdkörper gewägt, das ganze Spiel, über meine Meinung nach. Weil, der mal Anton können wir da ja gar nicht bewerten. Henrichs können wir auch nicht bewerten, der für David Raum für 10 Minuten reinkam. Ja, hat eine Szene gehabt auf seiner Seite, alles gut. Florian Wirz war für 10 Minuten auf dem Feld, war, war auffällig. Ähm, sowohl positiv wie negativ. Ja, hat ein, zwei leichte Ballverluste gehabt, wo man einfach die Körperlichkeit gefehlt hat. Ähm, das Ding, was dann abseits war, hat er natürlich gut gemacht. Wenn auch ein bisschen zulässig, fand ich. Der Däne hat ihn fast noch von der Linie gekratzt. Hat aber ein, zwei gute Aktionen gehabt, gar keine Frage. Ähm, war auf jeden Fall in den 10 Minuten dreimal so auffällig wie ein D-Warser, nee, vorher über 88 Minuten. Ja, da sollte man mal drüber nachdenken. Aber ist auch nur meine persönliche Meinung. Ähm, ja, hört sich jetzt vielleicht sehr negativ an, soll es gar nicht sein. Einfach nur mal ein bisschen eine realistische Einschätzung. Am Ende des Tages Wurst, ja, es ist ein Turnier, wenn du am Ende Europameister wirst. Interessiert keine Sau, wie du im Achtelfinale gegen Dänemark gespielt hast, ja. Dass du da mit ein bisschen Glück weitergekommen bist, wie interessiert es, Leute. So, ja. Aber wir werden natürlich die aktuelle Phase. Und. Ich fand, wir haben uns genauso schwer getan wie gegen die Schweiz. Wir waren, ja, die ersten 20 Minuten waren echt stark. Danach haben wir einfach einen Bruch gekriegt. Ich weiß nicht, warum. Fehlende Fitness, die Sache sich auszuruhen, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Fakt ist, kannst du dir gegen Spanien nicht erlauben. Ja, wenn du gegen Spanien nach 20 Minuten das Fußballspiel einstellst, äh, spielen die dich an die Wand. Ja, die haben gegen Italien 90 Minuten Vollgas gespielt. 90 Minuten. Ja, gut, die hatten sich da auch mal so 10 Minuten rausgenommen, ein bisschen, ein bisschen feilen lassen. Die Italiener haben ein bisschen den Ball überlassen, zweite Halbzeit. Ähm, ja. Ja, wir werden es sehen. Ich gebe da keine Prognose ab. Wir warten mal, ob die Spanier morgen weiterkommen. Mit dem Fußball ist immer alles möglich, ne. Ähm, war ein interessanter Kick, würde ich sagen, heute. Mir tut es ein bisschen leid für die Dänen. Es war irgendwie, es... Am Ende, ja, ein gerechtes Ergebnis. Ja, gar keine Frage. Verdienter Sieg. Aber wie der zustande kam, hat sich irgendwie ein bisschen wild angefühlt für mich. Weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, aber am Ende des Tages auch wurscht, ne. Am Ende des Tages wirklich wurscht. Wir sind weiter drauf geschissen, Arschlecken. Äh, gut ist. Gut, viertes Finale, ich glaube in Stuttgart, ne. Georgien oder Spanien, wir werden es sehen. Und, ja. Boah, ich bin sehr gespannt. Ähm, wird wenn, also meiner Meinung nach, wird es dann der erste richtige Krachergegner mit Spanien werden. Aber vielleicht liegen uns die Spanier, ne. Weil sie natürlich viel, viel offensiver spielen und wir wahrscheinlich Räume kriegen werden. Ähm, vielleicht hat Nagelsmann das schon im Hinterkopf gehabt und hat sich gedacht, komm, ich gebe dem Leiboy schon mal ein bisschen Spielpraxis. Weil das ist natürlich dann Leiboy sein Spiel, wenn er Räume hat. Die er reinstoßen kann in die Tiefe. Aber wenn man gesehen hat, welche Dinger der Leiboy, ich meine, es war dann Abseits, aber das Ding hätte er auch noch vergeigt. Äh, dem fehlt einfach die Form, Leute. Ich weiß auch nicht, es sah auch erste Halbzeit aus, hat er wieder eine so eine komische Bewegung gehabt. Da sah es wieder so aus, ich glaube, der hat immer noch Schmerzen. Ich glaube, der spielt trotzdem die ganze Zeit unter Schmerzen. Ne. Ähm, warum man das dann macht als Nationalmannschaft? Ich habe keine Ahnung. War so mein Eindruck. Ne. Um vielleicht mal für den Leiboy auch eine Lanze zu brechen. Ähm, aber verstehen muss ich das dann nicht. Ja. Ähm, er ist jetzt nicht der Messias. Er ist nicht Messi, Alter. Du kannst auf dem aber sowas von verzichten in dieser Mannschaft. Ähm. Man hätte den Leiboy vielleicht einfach mal den Urlaub gönnen sollen. Hätte mal ein bisschen runterkommen sollen. Hätte mal fit werden sollen. Mit diesem Leistungsniveau wird er beim FC Bayern und am Kompany kein Spiel machen. Bin ich mir relativ sicher. Ja. Ähm. Ähm. Aber da greifen wir vor. Das ist noch ein paar Wochen, Monate hin. Ähm. Zwei zu nur gewonnen. Wenn auch ein bisschen kurios zustande gekommen. Am Ende des Abends verdient. War eine durchschnittliche Leistung der deutschen Mannschaft. Ja. Äh. Ersten 20 Minuten sehr, sehr gute Leistung. Danach rein durchschnittlich. Zwischenzeitlich sogar eher unterirdisch. Äh. So 10 Minuten für den 15 Minuten. Aber. Nochmal. Am Ende des Tages. Wurst. Von daher. Leute. Schwarz-rot-goldne Grüße gehen raus. Grüße an Dänem. Nach Dänemark. Ähm. Haben sich reingeworfen. War sympathisch. Ist eine sympathische Mannschaft meiner Meinung nach. Ähm. Ja. Haben ein bisschen. Haben nicht das Spielglück gehabt, was wir hatten. Ja. Das ist vielleicht dann auch der Bonus eines, eines Ausrichters. Dass man da mal das Spielglück auf seiner Seite hat. Was ja auch nicht unverdient war. Habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Wir waren die aktivere Mannschaft von daher. Alles gut. In diesem Sinne. Leute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und. Ich bin gespannt. Was heißt. Ich bin eigentlich nicht gespannt. Ich gehe davon aus, dass die Spanier locker weiterkommen. Ich bin dann gespannt auf das Hitze-Finale. Das wird eine harte Nuss werden. Ähm. Aber wir wissen. Im Fußball ist alles möglich. Ne. Und wenn du wirklich die Spanier eliminieren solltest, dann hast du wirklich gute Karten. Die Euphoriewelle aber mal so richtig zu reiten. Also dann ist die Europameisterschaft auf jeden Fall drin. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit in meinen Augen. Tschö. Vielen lieben Dank für euren Support. Gruß und Kuss geht raus. Und nun nochmal ein paar O-Töne zur Nationalmannschaft. Du bist der Top-Striker. Ich muss jetzt zuhören. Of the whole world championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheiß-Trek. Weltmeister sind wir. Den Pott haben wir. Den Scheiß für goldenen Schuhe kannst du hinter den Ohren schmieren. Ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was wir früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Ihr habt doch Standfußball gespielt früher. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ich habe doch keine Schärfe hier so reingebracht. Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen hier getrunken und bist schön locker. Also in der Mannschaft ist das kein Thema. Ich denke, 80 Prozent von euch und ich grauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.